Bei Sport oder Stress verhalten sich die Abstände unserer Herzschläge anders als in Situationen, in denen wir uns in Ruhe befinden. Forschende der University of Birmingham beobachteten anhand von kardiovaskulären Untersuchungen des Herz-Kreislauf-Systems, dass Probanden beim Hören grammatikalischer Fehler nachweisbar mit Stress reagierten. Sprachliche Verstöße lösen im Körper also Stress aus. Untertitelung des ZDF, 2020